Moin Moin und Grüß Gott, liebe Kunden. Mein Name ist Steffen Hartlieb von der Firma GS Terrassemontagesysteme. Ich begrüße Sie in unserem TTZ und wenn Sie heute mal wieder ein Terrassenprojekt eines Kunden sehen wollen, der auch durchbruchsicher eine Megaterrasse gebaut hat auf unserer Kunststoffwabe mit entsprechender Aluminium-Mutterkonstruktion, dann sind Sie hier richtig. Erklärung, nackte Profiltechnik, UCPs, dann steigen wir in die Fotostrecke des Kunden, dann sehen Sie auch real das, was wir Ihnen hier erklärt haben. Also kein Schischi, Schnickschnack, Rundflüge oder irgendwelche anderen Sachen. Bitte auf andere Kanäle schalten, dann sind Sie dann besser aufgehoben oder ins Kino gehen mit Popcorn. Hier klären wir auf. Hier zeigen wir Ihnen solche Projekte wie dieses Projekt, weil dieses Projekt ist wieder prädestiniert, prädestiniert dafür, warum gibt es diese Profile, die wir haben? Warum gibt es diese Profile? Warum haben wir 180 Profilquerschnitte in entsprechenden Höhen, Breiten mit entsprechenden Anschlüssen? Warum haben wir eine durchbruchsichere Wabe? Wofür braucht man die überhaupt? Ist doch alles viel zu teuer? Kann man doch alles günstiger bauen? Nein, kann man nicht. Wenn Sie so eine Terrasse haben, wie wir es gleich sehen hier beim Kunden, steigen wir ja gleich ein. Also wir reden nicht nur darüber, sondern wir zeigen Ihnen ja auch gleich, was der Kunde gebaut hat, damit Sie das auch entsprechend verstehen. In so einem Fall, wie der Kunde hier bauen wollte, eine riesen L-Terrasse um sein Haus herum, entsprechend in einer Aufbauhöhe von über einem halben Meter, also wo Sie Platten nicht mehr einfach nur auf irgendwelche Systeme legen können oder auf irgendwelche Plattenlager, weil Sie dann durchbrechen würden, geschweige dann auszurichten sind. Und dann hat er das Ganze natürlich auch noch getan mit so wenig Vorarbeiten wie möglich. Und immer dann, ich wiederhole, wenn wir in der Erweiterung, Erneuerung, Sanierung sind, wie in dem Fall, ist kein Neubau, ist auch wieder eine Sanierung und Sie gewisse Bodenvoraussetzungen haben, egal was vorher war oder egal was Sie bauen wollen, bitte, 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 ich kann Ihnen nur einen Tipp geben, fragen Sie bei uns an, weil in vielen, vielen Fällen können Sie sich sparen, einen Gala-Bau zu beauftragen, wo die ersten zigtausende aus dem Haus geflogen sind, nur weil der irgendwie mit dem Bagger kommt, ein bisschen rumbaggert, ein paar Randsteine setzt, die aufschottern und dann plattern, Schotter legen und richtig Knete dafür auf den Tisch legen. Das ist nicht die GS-Terrasse-Montagesysteme, sondern wir sind neben den normalen Terrassen oder den Standard-Terrassen oder was auch immer, wie man das nennen möchte, eben halt auch in diesem Segment unterwegs. Und genau dieser Kunde ist, genau das wollte er, so wenig wie möglich Fundamentarbeiten, hat nebenbei auch noch ein riesen Terrassendach gebaut, war auch noch ein bisschen tricky. Alles das in Summe hat ihn zu uns geführt, weil wenn Sie googeln und schauen Sie mal an, was wir gegenüber anderen Marktbegleitern mittlerweile bieten an Konstruktionen, Möglichkeiten und an Preis-Leistung vergleichen, werden Sie teilweise erschrecken, wie günstig wir sind, gemessen an dem, was der Kunde gebaut hat. Bitte nicht wieder die Leute, die sagen, ja, das hätte man noch anders bauen können. Nein, hätte er nicht anders bauen können, weil der Kunde hat verbaut eine Keramikplatte. Es war sein Wunsch, eine Keramikplatte zu verbauen, weil Keramik eben halt produkttechnisch viele Vorteile hat. Gegenüber Holz, WPC, alles hat Vor- und Nachteile. Die Keramik ist nun mal ein Material, mittlerweile ein modernes Terrassenmaterial, was Sie im Grunde genommen entweder ungebunden verlegen können, also einfach nur auf der Erde, auf dem Rasen, auf dem Schotter, ist bei einer Bauhöhe von 600 Millimetern eher nicht so. Was Sie im Grunde kleben müssten oder kleben können, da würde ich mich jetzt fragen in dem Beispiel, was soll denn da gemacht werden? Wer zaubert denn da die Bodenplatte hin? Wer richtet das denn alles miteinander aus, damit man die Platte dann kleben könnte? Weil 60 Zentimeter hohe Ausgleichsmassen sind mir nicht bekannt, die bezahlbar oder machbar sind. Und deshalb ist der Kunde relativ schnell beim Aufgeständert. So, aufgeständert. Auf Stelzlagern oder auf kompletten Alu-System oder im Grunde genommen eben halt hier in Verbindung mit der Wabe. Weil da kann man ja im Grunde genommen alles miteinander kombinieren. Und genau das ist der Grund, liebe Kunden. So, und deshalb gucken wir uns die Terrasse gleich an. Ich erkläre Ihnen wieder mal kurz, was der Kunde gemacht hat. Der Kunde hat eben halt mit wenig Stelzlagern in einer Höhe von diesen knapp 500 bis 600 Millimetern eine Terrasse gebaut um sein Haus drumherum. Das heißt, er hat die alte Plattenterrasse überbaut. Extrem weit, extrem tief. Gemessen an dem, was vorher da war. Hat auch noch das L dann weitergezogen um sein Haus, wo nun grüne Wiese war. Hat dort entsprechende Fundamente gelegt. Hat dann später natürlich nochmal eine entsprechende Schalungsmauer, also Steinmauer gesetzt bezüglich dem Druntergucken. Aber diese hat konstruktiv keine Auswirkung in unserer Konstruktion. Er hat aufgeständert auf unseren Stelzlagern. Ja, Sie kennen das. Nehmen Sie ein gutes Stelzlager. Gerade in diesen Fällen, wenn dann viele Gewichte drauf sind und so weiter, sollten Sie einen guten Stellfuß haben. Natürlich durchgängige Boden kennen Sie. Die anderen UCPs auch, können Sie sich in zig Filmen mittlerweile anschauen. Und dann hat er verwendet unser 45-85. Das ist ein Profil, was 85 Millimeter hoch ist, 45 breit, weil die Höhe der Profile entscheidet über die Durchbiegung. Natürlich noch andere Sachen über die entsprechenden Drehmomente oder die entsprechenden Trägheitswerte. Ja, man kann natürlich mit Wandstärke, aber vor allen Dingen mit Geometrie viel machen. Wandstärke alleine bringt das nichts, weil Sie können im Grunde auch ein 10 Millimeter starkes Profil. Einfach nicht 100 Millimeter, also 10 Zentimeter breit und 10 Millimeter dick. Wenn Sie das nicht hochkantstellen, sondern hinlegen, also hinlegen, dann biegt sich das durch. Und genauso ist es mit Statik und Profilen auch. So und deshalb hat der Kunde unser 85-45 genommen, hat das auf unseren Stellfüßen verbaut. Kunden, die das kennen, wissen, wir haben natürlich Stellfüße mit oder entsprechende Klickadapter für unsere Stellfüße, dass das dann entsprechend auch miteinander verbunden ist und hat somit den Untergrund geschaffen, dann die Füße auf entsprechenden Fundamenten abgelegt, also die Kunststruktur geschaffen, dafür wo er dann die Wabe draufbaut. Sie sehen auch wieder, dass auch wenn er die Wabe entsprechend dann später aufgebaut hat, kommen wir gleich zu, wir natürlich den Rahmen verstrebt haben. Ja, und Sie sehen auch mal wieder, in welcher, ich sag mal, Winkel- und Strebenwelt wir leben bei der GS-Terrassemontagesysteme. Das heißt, je versteifter, je mehr streben, hier dann mal ein Stellfuß mehr und so weiter, umso mehr Terrassenqualität für Sie. Und Terrassen sollen mit Verlaub gesagt ein paar Jahrzehnte halten. Wer natürlich keine anderen Hobbys hat und möchte alle vier, fünf, sechs, sieben Jahre neu bauen, der muss das tun. Aber so ein Kunde, wie in dem Fall, macht das jetzt einmal fertig und er will Ruhe haben. Ja, und gerade bei Keramikplatten, die dann kippeln und so weiter oder Durchbruchgefahr, Verletzungsgefahr, ist es bei der Höhe halt erforderlich, dass ich die Platte davor schütze. So, jetzt gibt es eben halt, ich sag mal, wieder die Meinung am Markt, ja, man kann doch hier einfach eine fünfte Punktlast machen und die Platten dann auflagern und so weiter. Auch das ist in der Höhe nicht ganz ohne, weil je nachdem, wie großformatig Ihre Platten sind, bleibt immer noch genug Platz, um im Grunde dort mit dem Bein durchzutreten, falls so eine Platte mal wirklich bricht. Und deshalb haben wir schon vor zweieinhalb Jahren, also sind jetzt im dritten Jahr, unsere Gitter-Boden-Ross-Wabe auf den Markt gebracht. Das ist eine Kunststoffwabe, 60 x 60, fünf Zentimeter stark. Und diese Wabe kann dann dazu genutzt werden, dass diese auf diesen, nicht nur auf unseren, auf anderen Profilen, wo auch immer, entsprechend aufgeschraubt wird. Und Sie sehen schon mal, ich habe das hier schon mal hingelegt, dieser schmale Bereich hier, ja, also im Grunde genommen, dieser schmale Bereich genügt, entsprechend verschraubt auf dem Aluminium, dass diese Platte hier einen Punktlastwiderstand hat, bevor die sich deformieren würde. Brechen, zersplittern sowieso nicht, wenn bricht die sequenziell. Aber wenn Sie hier jetzt einen Punktlaststempel draufgeben und ein Punktlaststempel ist keine Quadratmeter-Platte, sondern das ist oftmal so ein Stempel, dann wird der draufgesetzt, dann hätten Sie hier, bevor irgendwas passiert, Punktlast 750 Kilo. Unsere Wabe, ja, Polycarbonat, Hochleistungskunststoff, extrem witterungsbeständig, extrem stabil, ja, und auch bei Alterung haben wir nachgewiesen, zehn Jahre haben wir immer noch Punktlaststempel 500 Kilo. Das heißt, später wird das ja sowieso über das Flächengewicht entsprechend verteilt, aber trotzdem geht es uns ja darum, ein sicheres Produkt zu machen. Und diese Kunststoffwabe gegenüber Metall und so weiter hat halt den Vorteil, sie ist sehr, sehr leicht, ja, sie ist auch, kommen wir wieder darauf zurück, auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, extrem preislich interessant und vor allen Dingen, sie ist extrem stabil, ja, es ist im Grunde keine kleine Wabe oder sie brauchen nicht viele oder müssen nochmal irgendwelche Alustäbe reinstecken. Gibt es ja mittlerweile so viele Produkte am Markt, wo ich mich dann frage, was ist der Sinn, ja, wenn ich Alu mache, dann kann ich es auch gleich komplett aus Alu bauen. Diese Wabe ist ein extra Produkt und kann im Grunde genommen auf alles aufgebaut werden, was im Grunde dort als Untergrund da ist und entweder machen Sie die fünfte Punktlast, also, Entschuldigung, die fünfte Punktlast, entweder auf vier Ecken auflagern mit zum Beispiel einem Stelzlager oder wie hier auf den entsprechenden Streifen dann im Grunde auf einem Aluminiumprofil. Sehen wir auch gleich im Film. So, das hat der Kunde gebaut. Er hat damit also einen entsprechenden Durchbruchsschutz gehabt und bei dem Plattenformat, was der Kunde dort entsprechend eingesetzt hat, ist die Wabe gemessen, wenn wir es nur aus Alu gebaut hätten, gar nicht mehr so viel teurer, weil der Kunde hat dort ein Format gewählt, eine 30-120er Platte und somit hätten Sie aller 30, ist egal ob 40, 120 oder was auch immer, hätten Sie wesentlich viel mehr Alu aufbauen müssen und auch dabei hilft die Wabe. Das heißt, die Wabe ist nicht nur dafür da, dass Sie durchbruchssicher, kippelfrei, stabil, dauerhaft eine Terrasse bauen können, so wie der Kunde, auch in der entsprechenden Höhe, sondern die Wabe hilft Ihnen natürlich auch dabei, dass Sie Verlegemuster verlegen können, weil es ein Doppelboden ist, was Sie im Grunde mit normalem Alusystem oder Plattenlagern schon gar nicht können. Ja, und das muss man eben halt auch wissen, also zwei Funktionen, einmal ein Durchbruchsschutz und entsprechend natürlich Doppelboden zur Ablagerung und natürlich, also perfekte Ablagerung und natürlich im Grunde die Möglichkeiten, Formate zu mixen, wie Sie das wollen. Auch dafür haben wir mittlerweile von der Wabe schon extrem viele Videos. Ich selber habe, glaube ich, heute Morgen zwei Wabenterrassen verkauft, ja, in der entsprechenden Projekten, weil immer mehr Kunden, die genau das haben, wie der Kunde es hat und deshalb fühlen Sie sich angesprochen, wenn Sie so eine Baustelle haben und haben Sie keine Angst davor. Sie müssen nicht erst zigtausende von Euros in Vorarbeiten investieren oder im Grunde genommen Angst davor haben. Sie können sowas bauen mit entsprechend innovativen Produkten, bezahlbar, ja, und so weiter und so fort. So, aber, also, Aluminium verstrebt, auf Stelzlagern ausgerichtet. Wir sehen im Grunde genommen eben halt Wabe aufgeschraubt und jetzt kommt im Grunde die Platte auf die Wabe natürlich nicht direkt drauf, weil wir wissen, wir haben gelernt, wer unseren Videos folgt. Platten sind immer bauchig, die sind immer verzogen. Das heißt, je nach Größe würden diese auch wackeln. Das sehen Sie, wenn Sie die im Grunde genommen, ich sage mal, abhängig von der Qualität auf dem Boden liegen, kippeln die oftmals schon. Und deshalb wird natürlich auch auf der Wabe Punkt gelagert. Das heißt, dass im Grunde wir auch hier wieder, natürlich, wie soll das anders sein, ja, einfach unsere Videos gucken, einen umlaufenden Rahmen haben, also einen umlaufenden Abschlussrahmen. Da kommt dann natürlich noch ein Tape drauf und dann entsprechend natürlich die, entsprechend der Plattengleiter. Und somit wird dann Platte pro Platte, die Platte entsprechend mit der nächsten Platte verarbeitet. Sie sehen da das Versatzmuster. Sie haben wiederum überall natürlich durch die Warmstruktur, den Wasserablauf, ja, entsprechende Zirkulation, alles vorhanden. Und somit hat der Kunde eine in seiner Bausituation, immer auf die Bausituation, extrem preisig, interessante Terrasse gebaut, die bombenfest ist, was er uns dann heute auch noch mal bestätigt hat mit Telefon, dass auch selbst seine Nachbarn, die immer kritisch sind bei allen Produkten, die er so verbaut, bei diesem Produkt gesagt haben, Alter, wie geil. Ich sage das Wort, hat er gesagt. Fest ist das. Und genau dafür stehen wir. Wir stehen für feste, reklamationsfreie, innovative, völlig bausituationsunabhängige Konstruktionslösungen, die eben halt nicht nur aufhören bei 300 Millimeter Bauhöhe. Ich hatte nur zwei Profile. Oh, da muss ich aber alle 600 ein Stellslager stellen. Entschuldigung, wenn ich das mal so ein bisschen auch so flapsig oder so ein bisschen auch witzig sage. Es ist nun mal so, ja. Wenn Sie mit Profis arbeiten, mit Profimaterial, dann haben Sie auch Profiergebnisse, so wie der Kunde. Das ist immer ganz einfach. Da muss man eben halt keine Kompromisse machen oder versuchen, irgendwas hinzuwurschteln. Haben wir auch viele Kunden. Kommen demnächst wieder viele Videos, wo Kunden, manche lernen es halt beim zweiten Mal eben halt so bauen wollen, wie sie denken zu bauen und dann einsehen, dass das nicht geht. Auch wieder mit solchen Bausituationen. Und das zeigen wir Ihnen, damit Sie den Fehler nicht machen und damit Sie wissen, okay, wenn ich sowas vorhabe und ich möchte Platten verlegen, dann, wie gesagt, hören Sie nicht darauf, was Ihnen vielleicht in irgendwelchen Sachen oder irgendwo bei Händler oder irgendwo erzählt wird. Es gibt solche Produkte. Ganz einfach. Und die kann man bezahlen. Die können wir planen. Die können Sie kaufen. Die können Sie selber verbauen oder verbauen lassen. Oder auch wieder der Händler, der Wiederverkäufer angesprochen. Warum Kompromisse machen? Warum immer nur kleine Bauhöhe, vier mal sechs Meter? Ja, solche Terrassen sind im Grunde genommen hier bei uns an der Tagesordnung. Sie sehen es auch mittlerweile in der Mediathek. So, damit ich im Grunde nicht wieder die Vorwürfe kriege per Zuschrift. Ich würde jabbeln und so viel drumherum erzählen. Sie merken eben halt, ich bin engagiert, weil das auch wieder ein Produkt ist. Diese Wabe wieder ein Produkt ist, was wir hier in Deutschland als Erste auf den Markt gebracht haben. Hier als deutsches Unternehmen. Und im Grunde, wo wieder alle gesagt haben, wofür braucht man das denn? Das brauchen wir noch gar nicht. Und mittlerweile im Grunde verkaufen wir LKW-weise davon, weil Kunden sich solche Projekte bauen und bauen wollen. Und dieses Produkt genau dafür das Richtige ist. Und wenn man es nochmal, ich wiederhole, vergleicht mit dem, was der Kunde hätte anderes machen sollen. Wer sich dazu genötigt fühlt, kann uns bitte eine Preisaufstellung schicken mit der entsprechenden Arbeiten, die er meint, dort machen zu können. Wenn er dasselbe Ergebnis mit einer Keramikplatte erreicht, wie das, was wir für den Kunden entsprechend dort geplant und auch entsprechend angeboten haben, sind Sie herzlich eingeladen, auch hier im TTZ. Und jetzt würde ich sagen, für die, die es interessiert, die anderen haben ja eh schon weiter geschaltet, schauen wir uns an, was der Kunde gebaut hat. Und ich würde sagen, lieber Respekt bei einem Kunde, viel Spaß mit der Terrasse. Und wir im Übrigen finden es auch geil. Also, lass uns auf die Böschelgein. Und wir sehen uns auf die Böschelgein. Und wir sehen uns auf die Böschelgein. Die Böschelgein. Die Böschelgein. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe, liebe Kunden, wie so oft hinter meinen Videos, aber speziell bei diesen Videos, weil ich es liebe, weil es Produkte sind, die wir mit, die wir ins Laufen gebracht haben, die wir als Erste mit auf den Markt gebracht haben. Und wir sehen mittlerweile, wie viele Kunden das annehmen, wie viele Kunden bauen, zufrieden damit sind. Also wir sehen den Nutzen, den Effekt daraus. Und deshalb kann ich auch Ihnen immer wieder nur sagen, warum machen Sie Kompromisse? Egal ob als Privatkunde, als Architekt, als Bauträger, als Händler. Warum haben Sie drei, vier, fünf, sechs, sieben Lieferanten? Wir mit unserem Sortiment können im Bereich Terrassenbau, Terrassenunterkonstruktion, Terrassenähnliche Konstruktion, Montageprodukte, Sie wissen, wir bieten zwar Systemtechnik, aber Sie können ja alles auch so kaufen, den Stellfuß, das Alu, die Wabe. Es ist völlig egal, wir zwingen Sie in kein System, damit Sie das optimale Ergebnis entsprechend erreichen, so wie dieser Kunde. Und deshalb nochmal, warum Kompromisse machen? Arbeiten Sie mit Profis, mit Profimaterial. Wenn Sie wollen Profitraining hier im TTZ, dann erreichen Sie solche professionellen Ergebnisse wie der Kunde. Werden Sie selbst zum Profi. Wir freuen uns über die Anfrage. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.